Ich habe einen Hund, Luna. Sie hatte Probleme beim Spazierengehen, also habe ich ihr einen Thundershirt gekauft. Das hat ihre Spaziergänge und ihr Leben insgesamt deutlich verbessert. Ich bin Lauren und das ist Luna. Sie ist eine Kreuzung aus Yorkie und Chihuahua. Sie ist sehr anhänglich und was ganz Besonderes. Wir haben uns vor drei Jahren kennengelernt. Sie hatte sich gerade daran gewöhnt, im Haus zu sein und als wir mit ihr rausgingen, reagierte sie so, wow, das ist alles zu viel. Sie war sehr geräuschempfindlich. Bei jedem kleinen Rascheln oder wenn Leute hinter uns gingen, setzte sie sich einfach hin und bewegte sich nicht. Sie zitterte am ganzen Körper. Sie tat mir leid, denn sie sollte ihr Leben in vollen Zügen genießen, aber sie war zu ängstlich. Ich wollte ihr keine Medikamente geben, also habe ich es mit Training und vielen Aktivitäten bei den Spaziergängen versucht. Und wir haben ihr Leckerlis gegeben. Sie drehte ihren Kopf weg und war nicht interessiert. Also sprach ich mit meiner Agility-Trainerin Adrienne und sie erwähnte Thundershirt. Ich bin Adrienne, die Cheftrainerin bei Doggability. Wir sind ein professionelles Hundetrainingsunternehmen mit Sitz in East Hertfordshire. Wir sind ein Team von vier Trainern und drei Hundeführern. Alles qualifizierte und akkreditierte Trainer. Wir haben mit Luna das Thundershirt getestet, um ihr zu helfen, wieder am Leben teilzunehmen. Es schmiegt sich hauteng an den Hund an und übt einen sanften, konstanten Druck aus. Ihr Verhalten bei Spaziergängen hat sich sehr schnell verbessert. Thundershirts funktionieren bei Hunden, weil es ihnen ein Gefühl der Sicherheit gibt und weil sie sich entspannter fühlen. Mit Thundershirt fühlt sie sich bei Spaziergängen und bei lauten Geräuschen viel wohler. Das hätte ich mir nie vorstellen können. Sie hört eine Weile zu und ignoriert es dann. Sie genießt die Spaziergänge mehr. Sie wedelt mit dem Schwanz und nimmt sogar Leckerlis an. Es hat also eine sehr positive Wirkung auf Luna und ihre Beweglichkeit und Wohlbefinden. Im letzten Jahr hat sie sich sehr positiv verändert. Sie hat viel Selbstvertrauen. Wir sind uns jetzt näher gekommen. Mit deinem Hund rauszugehen ist eine gute Möglichkeit, die Bindung zu deinem Hund zu stärken. Erliebe die Welt gemeinsam mit deinem Hund.